Atze! Bist du da? Warte mal! Atze! Ich brauche dich jetzt! Du gehst auf Deutschland-Tour! Ich würde gerne dabei sein! Nein, Scherz! Hört man das? Ich denke, Atze Schröder hat es gehört. Ich rühre einfach mal ein bisschen die Werbetrommel für einen der besten Comedien in Deutschland. Jedenfalls, das denkt er selbst von sich. Der legitime Nachfolger von Atze Schröder denkt es selbst, dass er Hubertus Apfelmus hat gegen die BILD verloren. Aber er geht jetzt trotzdem auf Tour und die BILD berichtet auch noch über ihn. Grandioser Erfolg! Atze Schröder, grandios! Mach bitte weiter so! Ins Detail! Ganz penibel! Du bist es!